happy birthday to you herzlichen glück wunsch an alle leute und geburtstag haben und herzlich willkommen ich spiele heute mal wieder free fire max und ich würde sagen ich spiele erst bettroyal rankit und danach CS viel spaß ok die erste runde geht los bettroyal rankit ich bin heute mal wieder nicht zu hause und mein rechter monitor spielt gerade wieder geht immer wieder aus der rechte monitor was für ein heck ok ach so ich mache so wie immer ich nicht um das was schon seit gestern nur amnesen augen drehen ich denke das ist eine polen allergie ok ist doch nicht entschuldigung ok er ist eingesammelt gibt mir eine waffe wenn ich Da ist er, da ist er, da ist er. Das ist gar nicht mehr da. Das war eine ganz, ganz schnelle Runde. Dann geht es weiter zur S. Bis gleich. Okay, die erste Runde geht los. Musste zweimal suchen bis jemand gefunden worden ist mit denen ich spielen kann. Da bin ich mal gespannt, wie die Runde wird hier. Okay. 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 Was ist das? Oh Nächste Runde wird besser, das weiß ich. Okay, die spielen also nicht so gut. Ich werde einfach mal... Ach komm, ich fang direkt damit an. Ich hab mich gemmeldet. Was war das? Wie hat der mich erwischt? Wie hatte der mich erwischt? Wie hat der mich erwischt? Wie hat der mich erwischt? Vielen Dank! Wie hat der mich erwischt? Haa Wie hat der mich erwischt? Wie hat der mich erwischt? Ich sehe ja auch nicht mal alles. Okay. Ich nehme einen Rudi. Der Monitor nervt. Aus an, aus an, aus an. Gegner gesichtet! Waa! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Oh. 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 You waited long. Oh, yeah. Okay. Okay. Ah! Keine Munition mehr gerade. Das gibt's doch nicht. Ah! Mensch, das war ja mal richtig schlecht heute. Na ja, was soll ich dazu sagen? Mal verliere ich und mal gewinne die anderen. Ich war nur der sechstbeste von acht. Okay. Dann wünsche ich euch mal einen schönen Tag heute und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.